So, willkommen hier zurück bei Adobe Music auf YouTube. Das ist das Let's Play von Baldus G3 auf der Playstation 5, Folge 7 glaube ich. Ja, 7. Und wir sind hier auf dem Weg zum Goblinlager mitten im Wald. Da ist ein Wolf. Reicht ihr uns an? Das ist ein Hund oder was? Da liegt eine Leiche. Komm mit. Reden. Arf, Arf, Griff. Die Hand ausstrecken, um ihn zu streichen. An ihm vorbeigehen. Nein, Leiche. Die Hand ausstrecken und zu streichen. Mit Tieren umgehen. Hinknien. Du willst ihm nichts böses. Wahrnehmung einschütteln. Mit Tieren umgehen. Das habe ich doch extra gelernt. Oh Mann. Das ist 10er Schwierigkeit. Plus 2. Bonusvorteil. Weisheit. Eine Eule. Und 11. Wunderbar. Das ist doch ein Erfolg. Alles ist gut, Kratzer. Den Kopfschütteln, der Mann ist tot. Alles ist gut. Und streichen. Komm, Kratzer, mir nach. Die Hand ausstecken, damit er deiner Pferde ins Lager folgen kann. Ihn seinen Kummer überlassen. Ihn streichen. Damit er deiner Pferde ins Lager folgen kann. Die Hand ausstecken, die Hand ausstecken. Die Hand ausstecken, seine Fertigungen verliehen. Die Hand ausstecken, wie er dich löst. Okay. Aber bei uns ist es jetzt nicht. Jeugne. Was ist das? gold und der lederstiefen sie ein harter brief angster brief persönliche nach neufinger ich werde nicht in der stadt zu ich werde nicht in die stadt zurückkehren solange eure anlanger nach mir suchen wenn ihr wollt dass die schuld beglichen wird müsst ihr mir vertrauen und sie euch selbst holen geht zum friedhof und sucht nach dem grab von mr kobe gehabt dort dann findet ihr gemügend wertgegenstände um die angelegenheit zwischen uns beiden zu bereinigen sucht nicht nach mir ich weiß wann es sicher ist es auf dem david es ist ein junge er ist gesund und perfekt ich habe ihn nach seinem vater benannt kommt zu uns sobald der urlaub du urlaub bekommst in liebe flora und david juni persönliche nachricht seid besonders vorsichtig auf eurem rückweg nach baldos tor ich habe von weiteren überfällen auf reisende in der region gehört ich möchte nicht dass mein bester boot am ende irgendwo mit dem gesicht im straßengaben handelt was auf euch auf und kommt besser zu spät als die an post meister general dann so und ich habe nicht mehr genug luft zum leben braucht viel und guck mal schön zwei äpfel zum ausruhen nur noch was mit dem hund anstellen doch remains at the dead man side as if in morning okay ich glaube ich kann nichts mehr mit ihm machen gehen wir weiter das ist hier das ist hier hier sind schon was so aufheben Jägerschatz, wie cool. Ey, aber da war doch noch Blutkappe, wie krieg ich die aufgehoben? Ne, weil wir einfach nicht aufhören wollen. Schocken-Mäuschen-Liebe-Augen, wie gesagt, das war ein Rezept. Oh, jetzt habe ich die Hand gemacht. Weggehen. Wermut will auch nicht aufheben. Aufheben. Schocken-Liebe-Augen. Ich bin nicht aufheben. Aber Sie haben einen Schraub. Ich bin nicht aufheben. 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 Oder wir kommen hier hin? Ich bin nicht nach jedem. Mauer im Plan Oh, nicht geschafft. Schade! 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 Oh! Nicht geschafft! Schade! Schade! Schon wieder eine Leipzig. Was ist da? Was ist da? Was ist? Oh! 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 einschüchtern überzeugen sollten sich die wir sparen nicht passieren lassen ich bin im nu wieder weg die litige weisheit waffen runter jetzt überzeugen hier ist geschafft ich glaube es ist es besser zu sagen dass wir eine reale Ah, eine Inspiration erhalten. Eine Erfahrung. Direkt speichern, was hier so vor sich geht, Wegpunkt entdeckt, ah da ist der Wegpunkt, ah cool. Öffnen. Ist das da unten oder ist das hier oben oder was? Ich muss alles nicht stehlen. Oh, wie geil ist das man in die Kamera sehen kann. Durchwurz aufheben. In diesem Buch stehen hinweise zur Anbau und Pflege unter unterschiedlicher medizinischer Pflanzen. Ein Eintrag ist unterstrichen. Und bringt die empfindlichen Pflanzen an besondere sonnige Tagen in den Keller. Schützt sie vor neugierigen Blicken. Schützt sie vor. Schützt sie. Oh, wozu hab ich das aufgehoben? Moment. Ne. Ne. Hier. Find ich irgendwie nen Reiter für den Dental direkt. Zauberbuch. Wo ist der Topf? Lederrüstung. Moment. Gucken wir mal ne. Lederrüstung. Oh. Oh. Hm. 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 das unterwäsche jeder stiefen gut rosen ich recht nicht ach so das komplette kleidung auf hosen das ist eigentlich denn das selbe man sieht anders aus als wir uns mal anders an kann er holen wird als krieg springer die steine des rings sind perfekt poliert leder stiefel ausgerüstet leder stiefel dank deiner einsamen aber empfindlichen jugend hast übungen würfen auf fingerfertigkeit und heimgespräche reaktion schneidende worte das ziel erhält eine maulus von 661 d6 bei angriffswürfen attributswürfen und oder bewirken schaden automatisch ausgelöst reaktion badische inspiration weiss wie man verschiedene musiken singen kann publikum damit unterhalten hier vielleicht hier vielleicht hier Ist man hier irgendwo in den Keller? Nö. Ist nichts zum drücken, nichts zum drücken. Hier ist der Einwand vom Keller, aber du bist eingestreckt. Öffne das. Oh. Trank der mächtigen Heilung. Da. Moment mal kurz. Tagebuch. Besuch den Keller. Wir haben ein Apotheker-Hauptbuch gefunden. Dann werden einige seltene Pflanzen erwähnt, die im Keller verstaut sind. Es könnte sich lohnen sie ausfindig zu machen. Besiege die Goblins auf die Gefungenen. Die Goblins haben anscheinend mehr als eine Anführung. Wenn die Tieflinge nach Baldurs Tor gelangen sollen, müssen wir mit den Goblins aufräumen. Selvo glaubt, dass irgendwer sie organisiert. Und wir sollten in ihr Lager ergründen. Ja. Oh. Okay. Irgendwo sollen hier Pflanzen versteckt sein. Moment. Spiel speichern. Und das ist geil aus, Mann. Das ist geil aus, Mann. Pulsier. Und in der Nähe der Schöner war. Du bist das害ig. Ich höre. Es dauert als ein Pflanzen. Was baustierst du? Ja? Bökel! Woh! Da war es so. Trompete oder so. Was, was, was passiert für die ganze Zeit? Wir hatten doch ne Schaufel. Irgendeiner hatte doch ne Schaufel. Habt ihr die nicht ne Schaufel? Ich hab doch ne Schaufel gefunden mal. Aber wahrscheinlich bei... nicht bei... Ja, da wo ich gestorben bin. Ne, wir haben keine Schaufel, verdammt. Wir haben... Wir brauchen ne Schaufel auf jeden Fall. Schade. Oh Mann. Ich bin auf meinem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Es gibt Blut in der Erde. Ich kann mich nicht mehr auf dem Weg. Der 1. Ah, Fischloch. Oh, oh. Oh, shit, let's go. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Where do I go from here? At the ready. Oh, shit. I'll balance the odds in our favor. Let's end this. I'm heading there. Oh, shit. 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 Okay, ich versuch den mal von mir zu treffen. Einschlag! Die laufen voll weg, das ist voll dumm, Alter. Die laufen voll weg, das ist voll weg. So, jetzt will ich den Präzisionsangliff machen. Wie mach ich das? 3-3. Der nächste soll einfach einen Bonus geben. Okay. Der Frankreich. Oh, einfach zerborsten einen. Knochenstaub einen. So, Spiel speichern. Warte mal, ich heil mich mal. Das geht aber nicht viel, ne? Ach, ich kann doch auch hier. Heilende Worte. Hatte auch einen Heilzauber. Licht, Schlafen, Heizenfall, Warnwurf. Ich hoffe. Ich hoffe, ich bin so. Ne. Ich glaube, ich habe nicht mehr Geld verdienen. Aber. Und nie. Oh, das ist so schön, ey. Oh, das ist alles anders. Geh es und dich selbst als ein Mitglied. Wies. Ich habe keine Zeit für Spiele, lass mich vorbei. Ich kann nur ein wahrer Freund von Illantoth passen. Was glaubst du von Zolkir, wie Zastam? Du erinnerst dich die Geschichte von Zastam, ein künstler Lich in Fae, der machte mit den Dark Gods? Du bist kein Zolkir, aber bist du wunderschön? Sag mir, warum kann einer benutzen Balsam-Ointment? Du wunderschön! Du wunderschön! Du wunderschön! Du wunderschön! Du wunderschön! Was ist jetzt? Okay, Spielladen... Wildnis... Ich habe mich auch von dem Kampf gespeichert, ne? Äh, nach dem Kampf, meine ich. Ich will durch die Tür. Boah, schneller Spiel! Nein, ich habe nicht gespeichert. Ach, verdammt, ey. Moment, Spielladen... Boah, ich bin so blöd. Ja, scheiße, ich muss mich nochmal machen. Hier rein sammeln... ... und empfieh. Ich mache dir das mit, vorhin zu bemerken. Aha! 2 4 5 4 4 5 6 8 8 9 10 Don't linger. Still breathing, despite everything. Was ist der Weg vor mir? Zeit für die Schreie. Ich bin in die Position. Was soll ich machen? Ich muss mich. Alter vorhin war da aber nicht so viele oh man das ist vorhin so gut gelaufen ich bin nicht voll auf dem Platz oh man oh man oh 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 Ich bin schluckig. Und das ist für ein Lohesome-Nehber. Ich will sie nicht. Ich werde nicht geben. Victory awaits. On the move. Let's finish this. Nothing important is ever easy. Need to find a way forward. Oh god. Ja, that's a crusher Kampf. Let's do something. We can't do anything with it. So. No hope of clearing this without a shovel. Is there another one in there? Yeah. Okay. Okay. Jetzt speichern. Spiel speichern. Neuer Spielstand. Und schnell. Äh. Elfbade. Ich weiß wie funktioniert. Zauberstein sagt mir wahr. Ich weiß wie das funktioniert. What is your name? What is your name? The mirror is not amused. Oh. Maybe not. Weg. Hat das jetzt davor gespeichert? Oder danach. Was jetzt danach gespeichert? Ja, dann kotze ich. Weil der Stand speichern erfolgreich. Tein Name. davor dein namen dein namen 3 im Land der Stolz der Stärken ein Paar von Lietchen 3 in meinen Diener Spitz Dachkontz da komm mal der leck mich doch am Arsch alter ich will diesen fucking Spiegel öffnen es tut mir leid dass ich so ein Cheetah bin hier und sie sagte auch noch ja mein schlechter ich dachte der Spiegel ist böse oder so deswegen habe ich da jetzt ausgewählt dass ich da dem bösen Meister diene I do not know if you are no to my master step forward only watch thank you of this you remember stories of Zastam a powerful lich and say who made deals with dark gods you are no so clear but are you wise tell me bei verbrennung auch falsch alter oh god ey jetzt muss ich das noch mal machen ich weiß nicht wofür man Balsam benutzt ganz ehrlich tut mir leid ich weiß nicht aber jetzt wird meine Dummheit richtig bestraft mit dem schlechten Video aber was soll ich machen ich bin halt so ein Noob in meinem Leben ich bin halt so ein Noob in meinem Leben ja jetzt lad doch endlich alle ey ist ja PS4 Ladezeit so nochmal das Ganze so nochmal das Ganze so nochmal das Ganze I do not know if you are no to my master only what if you remember stories of Zastam you are no so clear tell me why might one use Balsam and acceptable finally if you could see anything in me what would it be oh oh ich will die sehen die ich liebe ich will nach einem Zauber suchen der mich von diesem Wurm befreit ich will meine feinen Leinen sehen Ehrgeiz wird in solche Geschichten nichts etwas gut und ich will dass du frei bist warte ähm ich will die sehen die ich liebe ich will der mich von diesem Wurm befreit ah man kann sich nur eins aussuchen man kann sich nur eins aussuchen Na siehst du, haben wir doch die richtige Wahl wenigstens am Ende getroffen. Ein Labor, oh man, erst mal speichern. Du blätterst dich durch Seiten voller seltsamer alchemistischer Zeichnungen und Formen. Manche sind verständlich geschrieben, manche in Ruhen und Zeichen, die du kaum erkennen kannst. Teilweise handelt es sich um Anweisungen, Verwandlung von Metall und Rezepte für Kriegsmaschinerie. Aber der Hauptteil des Buches beschäftigt sich mit Wiederbelebung von toten Fleisch. Achso, ich kann ja hier drücken. Das böse Auge, Gegengift, aufheben. Schädel aufheben. Kessel, warum ich aufheben. Wermut. Wermut. Schriftrolle, chromatische Kugel. Grenzphilosophie, Band 5. Armschienen der Verteidigung. Das böse Auge. Die Menge an Tand- und Krimskrams, den ein Vettel in ihren Besitz bringt, macht zwar jede Vettel im Vergleich zu ihren Schwestern einzigartig, aber sie lassen sich dennoch in drei Unterkategorien einteilen. Nachfetteln, verdanken ihrem Namen der Fähigkeit, die Träume sterblicher reinzusuchen. Sie verzieren dabei langsam an die Lebenskraft des Opfers, bis dessen Seele im Seelenbeutel des Vettels eingeschlossen werden kann. Nachfetten gelten als gehässige, selbstsüchtige Maulheldinnen. Sehvetteln. Können mit einem einzigen Blick in Panik versetzt und töten. Verschlingen ihre Opfer in ein Stück. Sehvetteln stinkt nach Fisch und sind einfach unfähig, eine ordentliche Tasse Tee zu kochen. Grüne Vetteln sind wunderschön, sie sind mächtig. Wagt es nicht, ein Wort gegen sie zu sagen. Schüss. Ich habe einen Teil. Be wary. This place is trapped. Meine Falle. Entschärfen. Oh Gott, ich muss darauf würfeln. Ich muss noch eine Falle an. Ja gut, ich muss die Folge leider hier mit dem Cliffhanger, mit der Falle, muss ich leider beenden. Ist leider voll die Zeit. Es tut mir sehr leid. Das war Adobe, Let's Play Baldur's Gate 3, Folge 7, auf Adobe Music bei YouTube. Lass ein Like da oder auch nicht, wie auch immer. Auf Wiederhören und Sehen.